Was ist eigentlich Fishing? Ich bin sicher, ihr habt den Begriff schon öfter gehört, Fishing. Und wenn ihr da ans Fischen denkt, ans Angeln, dann liegt ihr genau richtig. Denn es geht darum, dass Betrüger versuchen mit Plumpen und teilweise aber auch mit sehr cleveren Tricks euch dazu zu bringen, besonders sensible und geheime Informationen preiszugeben. Fishing ist ein Kunstwort. Es kommt von Fishing, Fischen, Angeln. Im Hacker-Jargon wird das F aber oft als PH geschrieben. Das ist der Grund, warum von Fishing mit PH am Anfang die Rede ist, obwohl nur selten Hacker diese Methode anwenden. In der Regel sind es knallhart kalkulierende Betrüger. So, der Begriff wäre also geklärt und es ist wirklich wörtlich gemeint. Und Betrüger in aller Welt werfen ihre Route aus. Sie angeln auf der Suche nach dem richtig dicken Fisch. Und sie wollen, dass ihr anbeißt, dass ihr den Köder schluckt. Der Köder sind E-Mails oder SMS-Nachrichten oder überhaupt Nachrichten, die irgendwie offiziell aussehen. Von einer Bank, von einem Online-Dienst, von einer Firma. Die Betrüger wollen, dass ihr die Mails oder Nachrichten öffnet und dann die Webseiten, die angezeigt werden, für echt haltet. Damit wir nicht lange nachdenken, wird meist Alarm gemacht. Irgendwas ist passiert. Es ist dringend. Wir sollen uns ganz schnell einloggen. Und das ist der Trick. Ihr werdet auf eine Webseite umgeleitet, die fake ist. Die sieht zwar täuschend echt aus, wird aber von den Betrügern gestellt und oder entsprechend manipuliert. Und alles, was ihr dort eingibt, zum Beispiel Login-Daten, Passwörter oder andere sensible Informationen, geht direkt und unvermittelt und unverschlüsselt an die Betrüger. Die missbrauchen die Daten natürlich sofort, loggen sich in Konten ein, räumen Konten ab oder verschaffen sich Zugang unerlaubt zu IT-Systemen. Auch Identitätsdiebstahl ist denkbar. Ein Betrüger verschafft sich über Phishing eure Zugangsdaten, etwa zu einem Datingportal oder einem anderen Dienst und kommuniziert dann in eurem Namen mit anderen, etwa mit Freunden, Verwandten oder Kollegen. Oft wird aber auch Geld erbeutet oder Schlimmeres. Seid also bitte wirklich auf der Hut, denn Phishing-Angriffe sind unglaublich weit verbreitet, weil sehr, sehr effektiv. Ich hoffe, das hat euch weitergeholfen. Falls ja, dann denkt gerne über ein Like und über ein Abo nach. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.